Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11274 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bei der Frage, was man in seiner Freizeit tun kann, gibt es kein richtig oder falsch. Bei der Frage, was man in seiner Freizeit tun kann, gibt es kein richtig oder falsch. Die Chemie lehrt uns, die Welt durch Analysen und Experimente zu erforschen. Die Chemie lehrt uns, die Welt durch Analysen und Experimente zu erforschen. Die Chemie lehrt uns, die Welt durch Analysen und Experimente zu erforschen. Das kannst du besser machen. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Das kannst du besser machen. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Meine Leidenschaft für die Wissenschaft setze ich jeden Tag in die Praxis um. Erholung im Urlaub ist eine gute Gelegenheit, neue Kraft zu tanken. Erholung im Urlaub ist eine gute Gelegenheit, neue Kraft zu tanken. Erholung im Urlaub ist eine gute Gelegenheit, neue Kraft zu tanken. Meine Tochter liebt es, ihre eigene Pizza zu belegen und im Ofen knusprig zu backen. Willst du mir etwas sagen, oder wieso siehst du mich so an? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Die Seite!